Herzlich Willkommen bei YouTube Live. Wir sind sehr stark in der Miese in den roten Zahlen und deswegen werden wir jetzt gleich mal 100 Euro verdienen gehen. Junior spielen, was? Keine Ahnung. 100 Stunden arbeiten wir mal. So, ist sie doch schon ganz gut. Jetzt können wir nochmal abnehmen. Gut, wir sind schon im Zug fertig. Dafür, hilfst du dich unterhalten? Ja, kurz mal. Schritt für Schritt. Achso, ich hatte das Spiel ja hier hochgeladen, glaube ich. Und dann habe ich gleich Geld gekriegt. Wir kommen aus der Miese raus, aber ich überlege, ob wir uns... Ich will... Nein. Das Problem ist, dass unser lieber Christopher... Also, dass es sehr gut wäre, wenn der mal was machen würde. Äh, komm, einen Kurs belegen. Der soll erstmal das machen, vielleicht... Ja, wo ist er vielleicht noch nicht gut? Und das macht das mal. Oh, das hängt gerade ein bisschen. Ach, nee, jetzt kann man... Uh, warte mal. Sollten wir das vielleicht doch nicht machen. Okay, dann nehmen wir... Dann nehmen wir... Äh... Nehmen wir dann ein Video aus, genau. Und zwar... Hallo? Keine Ahnung, fängt der Hüse... Dieses Spiel, und zwar... Hast du jetzt ein Gameplay? Bitte. Bitte, bitte, mach das. Und wir hören endlich auf, uns zu unterhalten, und... Ähm... Nehmen... Runde... Schlafen... Dann was essen... Okay, guck, er daddelt. Das ist schon mal gut. Äh... Ja, wir hören mal. Ja, gut, unterhalten wir uns schon mal kurz... Nachdem wir gegessen haben, das muss man dazu sagen. Essen ist wichtig. Äh... Wir hatten, äh... Neckern. Hamburger. Und... 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 Okay... Mach ich auch noch mehr Gämmen-Video... Und jetzt haltet euch fest, nämlich hier... Gameplay Nummer... Zwei ist es. Ich gebe dem Ganzen jetzt keinen Titel. So, daddeln wir ne Runde. Eine tanzende Begrüßung, heute mal. Ja... Was ist das denn? Warum... Das ist immer so eine Scheiße, ey, wirklich. Ich... Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Das... Dass dann die Karten noch neu gemischt werden. Das ist total dumm, finde ich. Das bringt überhaupt nichts. Ja... Jetzt lachen wir mal wieder. Wir haben gerade Geld gekriegt. Das ist sehr gut. Äh... Ach, zum Abschluss... Äh... Abspann. Weißt du nicht, was das denn sein wird? Jetzt lachen wir das Ganze. Und er... Er ist dabei, oder was? Ach, er ist... Nicht mehr da. Okay. Dann ist er da auch nicht mehr da. Das ist dann so... Fällt dir vielleicht jemand ein, der... ...nicht ganz so viel Geld frisst? Aber das Problem ist, dass ich den dann ja wieder kündigen muss. Und dann gibt's wieder Ärger. Und dann hassen mich alle. Also... Viel Probleme sollte man haben, aber... Äh... Warte mal... Viel zu viel ich hab schon wieder... Wenn dann so rum... Warte mal... Äh... Komm, mach das hier weg. Und mach das hier... Nein, warte mal... Ne... So... Das wegpackt... Was kommt draus? Und... Battlefail 2... Geil... Ähm... Ja, komm... Was ist denn... Ja... Machen wir das rein... Rendern wir das... Aber der Rechner ist schon wieder am Arsch... Wie kommt jetzt der Zweite vorm Ersten raus, oder was? Du hast einen Plan? Du hast einen Plan? Gut... Gut, dass er einen Plan hat... So, komm, arbeiten... Äh... 80 ist auch gut... Wir müssen einfach an... An Kohle kommen, weil... Äh... Wenn wir nächsten Monat... Hat er gesagt... Nächsten Monat nicht zahlen... Äh... Und danach gehen wir auch schlafen... So... Scheiße... Dann schlafen wir erstmal... Gut... Der zweite Teil kommt vom Ersten raus... Ist auch nicht schlimm... Kann man schon mal machen... Was macht er denn da schon wieder? Jetzt gehen wir arbeiten... Oh... 160... 12 Stunden... Läuft... Ja... Geil... Langsam... Ja... Für 20 Euro machen wir doch alles... Wie kommt er eigentlich? Ah... Oh... Ich muss ja noch... Ja... Sehr schön... Und jetzt... Äh... Christoph... Lieber Christoph... Machst du bitte... Ein Video... Und zwar Gameplay Nummer... 3... Genau... Und er geht arbeiten... Und er macht das Video... Ja, so sind wir doch ein gutes Team... Was machen wir? Äh... Gehen nach oben... So... Wie war'n das? Äh... Gaming-Plattform... Bin ich eingeladen? Ne... Bin ich nicht... Oder was? Ich weiß... Schlafen... Quatsch was essen... Er hat ne Idee... Duu... Duu... Isst... Ein Salat... Dann gehst du... Wie gesagt... Nach unten... Jetzt fällt's mir lein... Ich muss also drauf achten... Dass... Der... Der Kleene... Äh... Warte mal... Das machen wir 100 Euro natürlich... Dass der Kleine... Äh... Ich sag jetzt einfach mal der Kleine... Ich muss auch auf den drauf drücken... Mir das Ergebnis des Videos ansehen... Mensch... Ich bin auch lustig manchmal... Aber von nix kommt nix... Hier... Ach guck mal... Guck mal... Schon wieder fertig... Starke Sache... Äh... Dann laden wir das doch gleich hoch... Äh... Und... Ich wette wir können... Doch... Für 40 gehen wir gleich nochmal... Weil... Wir brauchen das Geld... Egal wie viel... Was geil ist... Wir sind nicht mehr in der Mie... Naja gut... Doch ein bisschen sind wir noch... Ja... Komm... Geh nach Rom... Geh schlafen... Und... Und... Er nimmt 24 Videos... Danach müsst ihr uns auch mal... Gleich mit ihm unterhalten... Jetzt mit dem... Ach... Die anderen sind alles scheiße... Gut... Ähm... Er macht dann noch einen Walkthrough... Ja... Oh... Das wird... Eventuell ein bisschen besser... Aber ich weiß nicht... Ob die Leute das überhaupt noch sehen wollen... Ich muss erstmal... Wie gut... Na siehste... Wir müssen... Wir müssen schon nochmal ein bisschen... Mit dem Labern... Vielleicht mit dem Kino... Und so... Du sollst sch... Achso... Ja... Du sollst schlafen... Ja... Gut... War jetzt... Nicht so gut... Aber... Mühsam... Ernährt sich... Und so weiter... Äh... Mach doch mal... Ah... Play Studios 3... Ähm... Komm doch mal kurz... Geld verdienen... Oh gut... Oh... Oh... Jetzt sind wir wieder... Im Plus... Aber wir müssen... Brauchen mehr... Wir brauchen... Mehr... 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 Immerhin steigen unsere... Arminentenzahlen... Stetig... Und... Äh... Dauert zwar noch bissl... Du bist... Was... Ich... Klar... Kauf ich deine... Kekse... Und danach... Reden wir... Ein ernstes Wörtchen... Nein... Äh... Nenn dich dann... In drei Tagen... Äh... Reden... Komm... Ohh... Mühe... Hm... Gumens Stars... Ja ich... Sollten wir vielleicht mal... Taunend rồi... Ü��... ICOLETE Hallo Wars, ich schreibe einem Auftrag meiner Firma, Honey. Wir haben deine Videos gesehen und würden dich bitten, ein Walkthrough-Video von unserem neuesten Spiel, Chocolate Mutants, für Honey PSP. Zu? Machen wahrscheinlich. Er sagt, wir werden dir das Spiel umgehend zu sehen. Ja, danke. Hallo Wars, ich möchte dich heute gerne ins Kino einladen. Nein, heute mal nicht. Noch einmal reden, und dann zeige ich mir, dass er geht. Oder so, ist einfach okay. Äh, ja, ist okay. Und, äh, reden. Er macht bitte. Ein Walkthrough soll er machen, ne? Bis wann? Bis zum 3. Juli. Du nimmst ein Video aus meiner. Du darfst das, du hast die. Komm, erst mal ein Gameplay. Nein, will ich nicht. Ähm. Komm, mach bitte hin. Diese Beziehung steigt auch schon. Na, na. Dann machen wir noch was zusammen. So machen wir das. Er macht das Video, und wir... Nee, schuhe putzen, mach ich nicht, bin ja nicht bescheuert. Also, bin ich schon, aber... Ähm. Dann noch ein Schläfchen, und dann noch wieder richtig Money. Nee, wo die... Äh. Ach, nee. Ach, doch, erst... Äh, genau. Die kaufen wir. Und dann Konso... Äh. Es wird bald geliefert. Ich wollte ja aber eigentlich... Hier, ein M, dann... Dann machen wir das. Battle Fail. Kann man 15... Nun, wir haben hier 24. Jetzt kann man 22. Ich will sein aktueller als das. Jetzt sehen wir mal das. So, das hier ist da. So, du machst... Du machst ein Video. Und jetzt, jetzt können wir es nämlich auch... Äh, du machst hier erstmal ein Gameplay. Ja, bitte. Bitte. Und... Und... Und Finn R. Wir machen wieder. Äh... Wie wär's denn mit einem Preview? Aber... Müssen wir's, glaub ich... Nehmen wir mal erst ein Preview. Wie wär's denn mit einem Preview? Ja, schüttt. Ja, schüttt. Ähm... Ja, schüttt. toll, wow, mann, mann, mann ja da freut du dich, was? hat was gut gemacht so war's hier, das kommt gut an und jetzt nehmen wir nochmal lachend ja, sehr schön und jetzt nehmen wir durchgeknallt naja, ok, war ok hier das hier und zum abschied das hier das war dann fast perfekt fast perfekt, sag ich mal ich lass mich fertig ja, sehr schön nee, ja, komm da hoch achso, ja, das muss er äh the castle of the deer hunter computer arbeitet äh, das ist schlecht, ne? dann gehen wir schnell ahaha arbeiten ja, nehm ich wenig kohle fällt mir grad auf ich hab bald wieder mietezahlen uuuh, 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 uuuh ist schlecht mach das video und äh, christoph fertig was machst du denn jetzt? was machst du denn jetzt? du bist wohl noch nicht fertig du bist wohl noch nicht fertig, also, oh maa dein ernst was ist das da für'n scheiß hier, ey, maa oh ne, warte mal nein, ist weg rennbar oh, 95 oh ey, eingeschlagen wie ne bombe yeah ne, hier, ja, hallo ähm, wo bist du? bist du nicht da? da bist du, ey, bleib hier, bleib hier, bleib ey, oh maaann äh, 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 äh walkthrough ah, was? ach so, ja, komm, geh nochmal arbeiten ach, kann doch nicht, scheiße dann geh halt nach oben oh 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 schläferchen könnte, mal gebrauchen schläferstündchen schläferstündchen hm und danach gehst du sofort nach unten nein, danke, ey wir müssen ein bisschen beziehung aufbauen jetzt willst du dich verarschen, du sollst hier runtergehen, du Arschloch Mann, ey, geh nach unten, meine Herren, ey, was ist denn los, du inkompetenter 3. Juli, ja. Aber erst mal arbeiten. Und er macht unser Video? Sehr gut. Du musst fertig werden. Okay, nein, das wollte ich. Ja, ist gut, ich muss dich nicht ums den Disco tippen. Meine Herren, ey. Abgefahren, los, hau jetzt ab. Halt sein Ergebnis. Wo ist er denn? Leckt mich. Ich hab Hunger, schön, wer ist denn das eigentlich? Brenter. Nee, hier. Mann. Ja, sehr schön. Nee, mit dem Riech nicht. Ist das? Ist das? Ja, schön. Wir können uns jetzt Bekannte nennen, das ist ja schön, meine Herren. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Reden. Mit ihm. Reden. Achso, jetzt tanz ich gerade mit ihr. Reden. Oh, jetzt ist es traurig, jetzt steht es da so rum. Hier, nimm es einen Stich. Du entdeutschst, nimm es einen Stich. Beziehung ist ja besser. Beziehung ist klasse, gut. Nein, keine Ahnung. Ne, nicht Marcelo. Marscholo. Beziehung ist auch gar nicht so übel. Ne, die ist ja, hier ist die wie... Aber die kann ich einstellen, die braucht vielleicht erstmal schalten. Ne, wenn dann schon gute. So, reicht den aber auch mal. Blablabla. Noch einmal tanzen und dann ist gut. Ja, dann noch einmal reden auch. Kennen wir den hier auch? Karl. Wie Karl? Kehl. Ach, Kehl. Blablabla. Das war das Ganze. Das ist wohl neig. Das ist ja. Ja, das ist ja auch. Bblablabla. Ja, ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!